120 Beats in der Minute vom DJ-Pult und auf der Tanzfläche im Gemeindesaal beste Stimmung. Da wo sich sonst der Barlieber Gemeinderat streitet, tanzen jetzt junge Leute und sind froh über das Angebot der Barlieben-Beats, sich ohne weite Wege einmal nach Kräften zu amüsieren. Es ist jetzt kurz vor 22 Uhr und draußen vor der Tür herrscht reges Gedränge, denn pünktlich um 10 Uhr abends ist Altersklassen-Schichtwechsel entsprechend dem Jugendschutzgesetz und daran halten sich die Veranstalter ganz genau. Und das sind die Veranstalter Jugendlicher aus der Gemeinde Barleben, unterstützt von den älteren Jahrgängen des Ecol-Gymnasiums und des Kurfürst Joachim Friedrich-Gymnasiums Wollmirstedt. Dahinter steht der LIBA e.V. und gemeinsam organisieren sie die Veranstaltung und füllen damit eine Bedarfslücke, für die sich im weiten Umkreis kein kommerzieller Anbieter findet. Und da gibt es jede Menge zu tun, denn wer Eintritt zahlt, erwartet auch eine gewisse Leistung. Warum ist das hier notwendig, dass ihr euch jetzt zum fünften Mal den Stress mit der Vorbereitung auf die Barlieben-Beats macht? Ja, also wir waren einfach mit dem Veranstalter zusammen der Meinung, dass hier eine Region eine neue Möglichkeit braucht für Jugendliche, in unserem Fall eben im Alter von 12 bis 27 Jahren, eine Veranstaltung zu besuchen, sich einfach mit anderen Jugendlichen zu treffen, zu feiern. Und unserer Meinung nach gibt es eben in der Region, gerade hier auf dem Dorf, zu wenig Möglichkeiten für die Jugendlichen in der Region. Als einzigen Ansatzpunkt gibt es nur nach Magdeburg, aber das ist halt für jeden nicht möglich. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir versuchen hier eine neue Möglichkeit zu schaffen in der Region. Über dem Ganzen schwebt das Jugendschutzgesetz und die Bestimmungen für den Ausschrank von nicht immer alkoholfreien Getränken. Also gibt es ein strenges Kontrollregime. Wer noch nicht 16 ist, muss um 22 Uhr die Veranstaltung verlassen und darauf warten die Älteren vor der Tür. Ab da bis Mitternacht gibt es nur Bier und Sekt und erst nachts 24 Uhr. Für die über 18-Jährigen auch das, worauf diese nicht wirklich verzichten wollen. Die Barleben Beats sind mittlerweile eine etablierte Veranstaltung. Die Erfahrungen, die man gemacht hat, sorgen auch dafür, dass so eine Veranstaltung kommerziell kein Zuschussbetrieb ist und der Andrang beweist, wie notwendig solche Initiativen sind. Und den Akteuren, die viele freiwillige Stunden in die Vorbereitung investiert haben, gebührt großer Dank.